Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, dein Tag entwickelt sich zu einem geschäftigen Zentrum der Kommunikation und des Networkings, angetrieben von der Aussicht auf neue Geschäftsmöglichkeiten. Du wirst zahlreiche Telefongespräche mit Freunden und Bekannten führen, die wertvolle Einblicke oder Informationen haben, die für deine Interessen relevant sind. Unter deinen Kontakten kann dir jemand, der vor kurzem in einem Unternehmen erfolgreich war, einen Rat geben oder eine Idee vorschlagen, die dein Interesse weckt. Deine natürliche Neugier und Anpassungsfähigkeit kommen dir dabei zugute, denn du versuchst aktiv, alle notwendigen Details und Fakten zu sammeln. Es ist ratsam, die Feinheiten dieser Möglichkeiten gründlich zu verstehen, bevor du dich darauf einlässt, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die du triffst, gut informiert und strategisch ist. Die heutige Planeten-Ausrichtung deutet auf eine Zeit dynamischer Energie hin, besonders in deinen Beziehungen. Das könnte sich in deinen persönlichen Beziehungen oder in deiner Beziehung zu anderen Aspekten deiner Persönlichkeit, wie deiner körperlichen Gesundheit, zeigen. Es herrscht eine spürbare Spannung, die du nutzen kannst, um etwas zu bewirken, besonders im Bereich der körperlichen Fitness. Überlege dir, ob du deine Trainingsroutine verbessern willst, indem du die Intensität erhöhst oder neue Übungen ausprobierst. Deine Energie könnte ansteckend sein und die Menschen um dich herum motivieren. Oder du entdeckst eine neue Fitness-App oder ein neues Trainingsprogramm, das deine Routine belebt und dir neuen Enthusiasmus für dein körperliches Wohlbefinden verleiht. Bei deinen Kontakten könntest du auf eine gespaltene Einstellung stoßen. Du könntest feststellen, dass andere die Dinge ernster nehmen, als du es für nötig hältst, während sie deine unbeschwerte Herangehensweise als zulässig empfinden könnten. Um dieses Szenario zu meistern, musst du einen Mittelweg finden, der beide Perspektiven respektiert. Ein Gleichgewicht zwischen Ernsthaftigkeit und deinem natürlichen Hang zur Leichtigkeit kann deine Interaktionen verbessern und zu einem besseren Verständnis und einer besseren Zusammenarbeit mit deinem Umfeld führen. In romantischer Hinsicht bereitet die kosmische Energie des Tages die Bühne für soziale Begegnungen, die zu einer fesselnden Verbindung führen könnten. Bei einem Treffen oder einer Veranstaltung könntest du mit deinem Charme und deiner Eloquenz die Aufmerksamkeit einer besonderen Person auf dich ziehen. Ein zufälliges Gespräch könnte zu einer tiefen gegenseitigen Anziehung führen, bei der die Welt um euch herum in den Hintergrund tritt, während ihr euch in der Gesellschaft des Anderen verliert. Das könnte der Beginn einer schönen und bedeutungsvollen Beziehung sein. In dieser Woche stehen die Sterne so, dass ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet werden kann, das unter der Oberfläche deines täglichen Lebens schwelt. Wenn sich die Himmelskörper in einer harmonischen Position bewegen, erhellen sie verborgene Wahrheiten und bringen ans Licht, was bisher verborgen war. Diese unerwartete und doch tiefgreifende Enthüllung verspricht eine Quelle großer Freude und Bereicherung zu sein. Anstatt Aufruhr zu verursachen, wird dieses Geheimnis Türen zu neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten öffnen. Es wird deine Beziehungen verbessern und eine tiefere Verbindung und ein besseres Verständnis für diejenigen schaffen, die dir wichtig sind. Nimm diesen Moment der Klarheit an und erlaube ihm, dein Leben mit neuer Energie und Optimismus zu erfüllen. Das Universum erinnert dich daran, dass manchmal das, was im Verborgenen liegt, eine Quelle für immenses Wachstum und Positives sein kann. Die Ankunft des Neumondes im Steinbock heute Morgen ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Absichten zu formulieren und deine Wünsche zu verwirklichen. Das Treigen des Mondes zu Uranus im Stier verleiht dir Entschlossenheit und Kreativität und ermutigt dich, deine Unabhängigkeit zu behaupten und in verschiedenen Lebensbereichen neue Wege zu gehen. Dies ist eine Zeit, in der du dich von konventionellen Methoden lösen und mit innovativen Ideen experimentieren kannst. Außerdem schafft das Sextil des Mondes zu Neptun in den Fischen eine harmonische Atmosphäre, in der du alte Freundschaften wieder aufleben lassen kannst und ein Gefühl von Nostalgie und gemeinsamen Erinnerungen entwickelst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Zwillinge heute darum geht, neue Geschäftschancen zu ergreifen, deine Fitnessroutine zu intensivieren, deinen Umgang mit anderen Menschen auszubalancieren, romantische Beziehungen zu knüpfen und die Energie des Neumonds zu nutzen. Das Universum richtet sich so aus, dass es deine proaktive Kommunikation, dynamische körperliche Aktivität, ausgewogene soziale Interaktion, dein romantisches Potenzial und deine kreative Entfaltung unterstützt. Nutze diesen Tag, um geschäftliche Unternehmungen zu erkunden, dein Training zu verbessern, Harmonie in deinen Interaktionen zu finden, eine tiefe Verbindung mit einem potenziellen Partner einzugehen und kraftvolle Vorsätze für die Zukunft zu fassen. Dies ist eine Zeit für strategisches Networking, energetische Fitness, zwischenmenschliches Gleichgewicht, romantische Begegnungen und kreative Absichtserklärungen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Harmonie und Wahlmöglichkeiten in Beziehungen. Sie steht oft für eine tiefe Verbindung, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen und Partnerschaften. Die Liebenden deuten für heute darauf hin, dass du vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Wahl in Bezug auf Liebe und Beziehungen stehst. Er erinnert dich daran, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und bei deinen Entscheidungen Harmonie und emotionale Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Die umgekehrte Drei der Stäbe kann auf eine Verzögerung deiner Pläne oder ein Gefühl der Stagnation in deinen Bestrebungen hinweisen. Sie kann darauf hindeuten, dass etwas, das du erwartet hast, nicht so eingetreten ist, wie du es erwartet hast, oder dass du auf deinem Weg auf Hindernisse stößt. Für den heutigen Tag rät dir diese Karte, deine Ziele und Pläne neu zu bewerten und dich mit Rückschlägen abzufinden. Die Königin der Kelche verkörpert emotionale Intuition, Einfühlungsvermögen und nährende Energie. Sie ist tief mit ihren Gefühlen verbunden und ist oft eine Quelle der Unterstützung und des Verständnisses für andere. Heute ermutigt dich die Königin der Kelche dazu, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und in deinen Interaktionen Freundlichkeit, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Es ist ein Tag, an dem du deiner Intuition vertrauen und offen für die Gefühle und Bedürfnisse deiner Mitmenschen sein solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Entscheidungen, der Gefühle und der Geduld hin. Die Liebenden betonen, wie wichtig es ist, in Beziehungen oder Partnerschaften Entscheidungen zu treffen. Die umgekehrte Drei der Stäbe deutet auf eine mögliche Verzögerung oder Neubewertung deiner Pläne hin. Die Königin der Kelche unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entscheidungen mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen anzugehen. Nimm dir heute Zeit, um über die Entscheidungen nachzudenken, die du in deinen Beziehungen oder Partnerschaften treffen musst. Sei geduldig und offen für die Möglichkeit von Verzögerungen oder Neubewertungen. Lege bei deinen Entscheidungen den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, sowohl in deinen persönlichen Beziehungen als auch bei der Anpassung deiner Pläne. Okay. euer Neubewertung, wie wichtig es ist, die sich in anderen rebuildigen Community zu groomeren Mögen anziehen, wie wichtig es ist.